meine lieben hier ist euer drackner herzlich willkommen zurück zu medieval dynasty ja ich habe jetzt eine runde geschlafen wie schon angekündigt hatte wir trinken noch schnell schluck dann kümmern wir uns jetzt ums jagdhaus weil wir müssen heute spätestens morgen als werden wir natürlich auf jeden fall schaffen aber spätestens morgen damit fertig werden warum eigentlich ich wollte sagen weil im frühling müssen wir anpflanzen aber anpflanzen werden wahrscheinlich eh wir übernehmen ich glaube nicht dass wir dafür einen angestellten haben jetzt gucken wir als erstes mal ob unsere tuse hier tatsächlich holz gebracht hat nein wie funktioniert dann bitte das system für was habe ich einen holzfäller wenn er kein holz fällt 57 stöcke 21 oder landes landet hier kann es sein ich hatte doch keine 21 rundhölzer hier drinnen was sind dann die kisten in den einzelnen gebäuden gute frage nächste frage wir brauchen noch einen hammer übrigens da sind wir stehen geblieben mist da habe ich nicht mehr dran gedacht wir könnten uns aber eigentlich gleich ein paar von den rundhölzern hier jetzt rausnehmen nehmen wir doch einfach mal ne jetzt bin ich natürlich überladen okay wir brauchen auf jeden fall mal einen hammer hammer auf die vier so ich bin immer noch hoffnungslos überladen das heißt wir haben die dann paar rundhölzer zurück ja machen wir erstmal leder weg pelz weg jetzt können wir uns langsam bewegen oh gott aber wir brauchen die rundhölzer auch deswegen werde ich mich da jetzt einmal durchquälen auch wenn es ganz besonders schlimm ist ein klein moment ganz kurz auf meinem obs bildschirm war leider mein video fenster davor also von meinen gespeicherten videos von der vorherigen folge das sehe ich nicht wenn meine einstellungen spielen sollten was ab und zu tatsächlich mal vorkommt inzwischen habe ich meine grafik einstellungen ein bisschen runter gestellt von ultra auf hoch habe ich glaube ich schon mal gesagt weil es tatsächlich ganz selten mal vorkam dass obs plus spielt gleichzeitig meine grafikkarte zu 100 prozent ausgelastet haben und das war ja obs nicht sollte auf maximal 90 prozent laufen sonst fängt es an dass euer video dann nur noch alle drei sekunden mal im bild hat oder so kam zwar ganz selten vor aber kam vor so und was habt ihr heute so gemacht oh ja ich war eine schnecke hinten läuft übrigens eine wildsau rum aber wir werden es schaffen und ich hab ich wollte eigentlich auch stroh einpacken gut dann wären wir wieder überladen gewesen also machen wir erstmal die wände fertig dann kommen die dächer würde ich sagen dann schichten wir unsere personen um die wird jäger fällt mir gerade so ein speicher ressourcen häuser überleben fischer und jäger landwirtschaft die scheune arbeitsgebäude für feldarbeit dann haben wir ressourcen holzschuppen grabung mine es gibt keine hier kochen hm ich wollte gerade sagen wenn wir jemanden in dem lebensmittelladen oder lebensmittellager festsetzen kocht der dann auch oder müssen das essen immer wir kochen für unsere leute ähm okay wenn du sterben willst Herr Eber dann stirbst du halt da braucht man nicht rumdiskutieren ich erfülle gerne wünsche äh vier da machen wir gar nicht lang rum müssen wir dann nochmal reinschauen was genau in der beschreibung vom lebensmittellager eigentlich dort steht so Stroh Stroh ein Rundholz und Stroh ja und reparieren müssen wir die gebäude natürlich auch irgendwann mal ja wenn wir schon dabei sind wir haben Fleisch behalte ich aber gleich für mich bietet sich ein bisschen an wir müssen ja auch ab und zu mal essen so was war denn das jetzt hier für ein Gebäude eigentlich das war das Produktionslager oder wie das hieß da wollten wir auch rein heißt eine Scheune haben wir noch gar nicht ähm wir brauchen ein Rundholz und ganz viel Stroh ja blöd auf jeden Fall jetzt kam glaube ich kein Rundholz dazu müssen wir noch ein bisschen beobachten also wir holen jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen Stroh hier ist immer noch leer okay wir könnten eigentlich gleich ein bisschen was essen oder alles essen was trinken könnten wir auch gleich schön wie der da übrigens mit seinen Füßen immer ins Wasser reinsteigt das hat wahrscheinlich gerade minus 58 Grad bestimmt sehr angenehm hier alles also das mit den Ressourcen auf jeden Fall das muss man noch ein bisschen beobachten es leuchtet mir noch nicht so ganz ein wie das jetzt funktioniert wir schauen auf jeden Fall einfach am nächsten Tag nochmal in die beiden Gebäude also einmal in die Ressourcenhütte und einmal in die ins Holzfällerlager ob da irgendwo was gelandet ist aber ich glaube in der Ressourcenhütte oder im Ressourcenlager da ist Holz dazu gekommen da hatte ich glaube ich selber keine 23 Rundholz drinnen erscheint mir jetzt doch ein bisschen arg viel ja wie viel haben wir denn 60 ja ein bisschen machen wir noch auf 80 oder so dann haben wir noch ein bisschen was fürs Lager jetzt müsste man schon mehr als genügend haben ja 88 dann ist die Jägerhütte fertig dann werden wir als erstes mal die Person umsetzen die ist dann für die Jagd zuständig und dann laufen wir rüber wir müssen unsere vielleicht auch zukünftige Verlobte nochmal für unser Dorf hier begeistern Management immer noch 50% was fehlt dir denn eigentlich was heißt eigentlich das hier hinten mit Steuern genau und hier war der Punkt wir haben hier eine Ruhe da ist auch ein bisschen was drinnen das tun wir na tun wir alles ins Hauptlager dann könnten wir hier hölzerne und steinerne Werkzeuge herstellen okay und das kann ich aber nicht hier kann ich nur die hier steinaxt also das ist jetzt alles Zeug was ich auch so schon herstellen kann also das könnte man theoretisch dabei wieder abreißen Wollstoff Leder ja also das hier können wir definitiv abreißen dem können wir noch gar nichts anfangen werde ich dann tatsächlich auch gleich tun weil wir wollen noch ein weiteres Haus dann auf jeden Fall haben so die Näherei ist weg und ich lasse mir dabei noch stehen derweil schauen wir mal wie lang so da müssen wir hier nochmal kurz rein wir tun weg Brennholz Leder Pelz damit wäre die Jagdhütte fertig schon mal sehr schön so 100 Dynastie Reputation ein Bauernhof Scheune bauen platziere ein Feld ich glaube die Felder reißen wir dann auch nochmal ab die tun wir auch woanders hin gefällt mir nicht ich lassen wir stehen könnten auch die Scheune hier hin bauen mit Tür darüber und hier dann Bauernhof machen Hallo Heslein Zack aufstellen ähm platziere ein Feld bei eine Scheune jetzt will ich aber erst genau ich wollte kurz in die Wärme gehen ich meine nicht dass sie irgendwie von der Temperatur her irgendwas anzeigt ja aber Management so Jaromira dich hätte ich gerne woanders ähm Jagdhütte Jagdhütte Arbeiter zuweisen Jaromira ach das ist die Jagd und das ist Fischen oder was überleben Sammeln von Heidelbeeren Stöcken Pilzen und Federn Aha das ist Jagd das ist quasi Fischen und Stöcke und sowas sammeln Fischen können wir noch nicht aber Heidelbeere, Stöcke, Pilze und Federn und Holzfällen Entschuldigung ja gut wir setzen die auf jeden Fall um weil ähm da ist sie auf jeden Fall besser aufgehoben und zwar als Sammler da können auch zwei Leute rein ja wie geil ok dann geht's jetzt trotzdem erst bevor Tageswechsel ist nochmal rüber Richtung Andres Dorf das muss sein ich will die zweite Bewohnerin haben wir könnten uns höchstens im Frühling überlegen aber wir können ja eine Scheune noch gar nicht bauen haben wir gesagt Landwirtschaft 15 na gut wenn ich jetzt nochmal ähm Felder nochmal Neubau kann es sein dass wir es gleich erfüllt haben ein Arbeitsgebäude zum Fallen achso das war der Holzschuppen Speicher Ressourcenlager äh Hauptverkehr Jagdhüttescheune und Pferd gesammelt die Bewohner brauchen diese Gebäude um Holz zu bekommen erhält Ressourcen die im Holzschuppen Grabungsschuppen der Mine Jagdhüttescheune und im Pferd gesammelt werden das ist gut zu wissen und hier erhält Nahrung die der Jagd Fischerscheune und Tiergebäude gesammelt werden ok also da haben wir die Antwort alles was so gejagt gesammelt wird landet automatisch im Ressourcengebäude ähm essen so haben wir nicht dabei nur ein bisschen so rohes Fleisch ja das heißt wir könnten unsere Jägerin die ich so auf Jägerin hingedrimmt habe wo ich jetzt leider einem Irrtum erlegen bin könnten wir dann aber auch als Bauer verkaufen im Frühling ja ist komplizierter als ich dachte wir müssen dann auch anfangen langsam mal zu verkaufen ähm wir haben jetzt eine Jagdhütte eine Jagd und Sammelhütte gebaut Heidelbeerenstöcke Pfilze und Federn aber leider keine Steine für Steine werden wir schätzungsweise mal hier den Grabungsschuppen brauchen oder Abbau von Salz Kalkstein oder Abbau von Ton Halt wo müssen wir denn hin nach oben äh nach unten dann müssen wir jetzt mal wir haben Holz was baut man denn rein aus Holz Speere natürlich Hämmer Haken Brennholz wir müssen dann mal schauen mit was wir ein bisschen Geld verdienen können also Werkzeuge verkaufen dachte ich jetzt ich schätze mal Werkzeuge mit Stein wird immer ein bisschen mehr bringen du warst das glaube ich oder ja hast du mal Zeit ja nein ich glaube das ist nicht beides nicht so gut die Rede gehört plus 5 ähm möchtest du in meine Siedlung kommen ja sehr gut sehr gut Damroka Management du bist jetzt hier unten ich glaube ich wollte gerade sagen Samroka hier sammeln du gehst mal Holzschub mit genau Holzfäller sehr schön sehr schön was arbeitet man denn hier dann eigentlich Speicher Speicher was arbeitet man hier gute Frage nächste Frage wenn ich schon hier bin Gerd Ruder hast du einen Moment Zeit ähm was für ein Tag Zustimmung null ach das ist diese Doofe hier hast du einen Moment Zeit Feldarbeit harter Job oh plus 2 oh das war schon sonst will sie nix dann haben wir hier noch Gustava das ist die die mich na doch die mag mich auch hast du meinen Zeit mhm Feldarbeit harter Job minus 2 Mist das war schon wieder und du auch noch du magst mich ja gar nicht hast du meinen Zeit schönes Wetter heute oder plus 5 ähm schön was für ein Tag oder minus 5 okay ähm Handel Dagobert nur mal kurz gucken was der so an Geldern zahlt Dagobert zeig mir mal deine Waren Steinmesser ja das ist ähm 11 glaube ich einfache Tasche 11 hölzerne Hacke 13 hölzerne Hacke 13 das merken wir uns mal bin mir nämlich auch nicht sicher wann das eigentlich mit diesen Steuern ist wann kommt der Typ und äh der Steuereintreiber und will von uns Geld oder wie funktioniert das genau gibt es da überhaupt einen Steuereintreiber also ich vermute mal ja da war ein Fuchs hinter uns übrigens natürlich sehe ich ihn jetzt nicht aber dieses leichte geschnatter gekicher das ist der das Geräusch für den Fuchs hier ich erinnere noch mal YouTube Video Who Does The Fox Says abgedrehtes Video aber ich finde es einfach nur geil okay also dann haben wir jetzt Holzfäller und Sammler wir überlegen uns ob wir unsere Sammlerin dann nicht vielleicht doch zur Bäuerin im Frühling umwandeln das heißt wir brauchen aber jetzt auf jeden Fall es muss sein eine Scheune heißt wir bauen jetzt Felder in der Hoffnung dass wir dann genügend Erfahrungspunkte für eine Scheune haben da vorne ist ja schon unser Dorf schon das Zwiebelfeld machen wir gleich wir machen drei Felder das Zwiebelfeld machen wir gleich mal ein bisschen größer da haben wir ja 20 Samen die anderen Felder machen wir ein bisschen kostet das dann auch ich glaube nicht ach so und ein Haus wollte man ja auch bauen sieht man gar nicht sieht man gar nicht hier sind unsere übrigens unsere Werte ja genau Nahrung mehr als genügend Holz mehr als genügend ja ich kümmere mich als erstes mal um mein Essen na komm schon kochen also wir wollten ein Haus für mich und die Scheune die Scheune hat absolute Priorisierung jetzt allerdings Nacht wird es auch schon wieder die Tage sind zu kurz die Tage sind zu kurz die Tage sind zu kurz das heißt ich lege jetzt einfach mal hier ein paar Felder machen wir erstmal hier zwei kleinere Felder so ach das jetzt mit der Hake 3 x 3 so machen wir jetzt gleich noch mal noch mal 3 x 3 1 1 2 3 2 3 ist jetzt 3 x 3 das zwiebel feld wird gleich mal größer das hauen wir aber auch hier schon hin oder nee, wir hauen, wir fangen mal hier drüben an, so. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. So, es sind jetzt 20 Felder, glaube ich. 3, 4, 5. Ne, 25. 1, 2, 3, ja, 4, 5, oh, 6 sogar. Okay, 30 Felder. Und ich stinke. Und beschmutzig bin ich auch noch. Kurz ein bisschen Ausdauer, also Scheune können wir bauen. Ich würde sagen, die setzen wir auch gleich noch. So. Brauchen wir erst Holz, aber Scheune 10 Holz. Also da haben wir auch nach hinten raus auf jeden Fall noch mehr, es gelingt Platz für alles mögliche. 10 Rundholz bräuchten wir. 21. Da kam auf jeden Fall jetzt was dazu schon. Obwohl die Tuse, glaube ich, noch gar nicht da war. Okay, wir können uns bewegen, aber nur habe ich was zum Ablegen, ja. Kann ich mir danach immer noch holen. So, Scheune und danach bauen wir mein Haus nicht, weil ich jetzt keinen Platz mehr habe. Fällt mir gerade ein. Scheune. Ist das der Eingang hier? Ne, das da ist der Eingang. Oh, ich muss mal schauen, ob meine 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 heute neue Mitbewohnerin, ob die eigentlich ähm ist die zählt ja als obdachlos. Es sind beide zufrieden. Hier wurden zwei Leute drinnen. Details anzeigen. Ah, okay. Okay. Pech da. Kann ich mich da dann, aber ich kann mich selber dann nicht mit reinsetzen. Scheune. Acht von acht. Das heißt, wir könnten aber das eine, also mein kleines Haus eigentlich abreißen und da einfach ein größeres hinsetzen. Okay, hier brauchen wir jetzt viel Rundholz, viele Stöcke. Ich springe mal ganz kurz ins Wasser, um mich zu säubern. und was zu trinken. Zack. Und ich nutze jetzt die Zeit noch ganz kurz aus, um wenigstens mit der Scheune noch ein bisschen anzufangen. Die elf Rundhölzer sollen weg. Dann können wir am nächsten Tag mal ganz in Ruhe beobachten, wie viele Rundhölzer dazukommen. Aber schlafen müssen wir auch gleich und Folge muss ich auch beenden und alles so schrecklich hier. Ich muss gestehen, ich bin, also ich, mich hype das Spiel richtig. Ich bin richtig begeistert davon. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Das war schon. Oh, das braucht alles Rundhölzer. Okay, am nächsten Tag dann würde ich sagen können wir ein bisschen Hölzer farmen. Hallo? Hallo? Jetzt. Okay, hier die Teile weghauen ist auch nicht so leicht. So der Optik quillen und so. Wirklich nicht so leicht. Hallo? Ja, okay. Einfach hinknien. Hätten wir natürlich auch früher drauf kommen können. Ich frage mich eh, ob die Bäume eigentlich mal nachwachsen, ob die respawnen. So, wir gehen eine Runde schlafen. Ich würde sagen, liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.